Missionen werden manchmal mit einem Donut belohnt und mit diesem wertvollen Tipp geht es weiter aus der Welt von Hero Zero Server 12. Das passt irgendwie in letzter Zeit ideal, immer wenn ich aufnehmen möchte, kommt ein Schurke an. So, Intuition muss ich trainieren. Auf geht's, auf geht's, diesmal der Dunkle Vater. Ich habe irgendwie knapp 20 Angriffe bereits starten können, free. Natürlich 20.022.000 Angriffe von mir. Ich bekomme noch 230 XP, das heißt, da sind noch ein paar Hits drin. Gut, was tut sich sonst so? Wir haben in dieser Woche mal zur Abwechslung ein paar Energietrophäen am Start. Und deshalb war ich gestern relativ lange auf Platz 6 bis 7. Hier und man merkt es Montag, Montag, Montag durch die Energietrophäen eben. Wir haben täglich 60 Energie zusätzlich. Das ist schon ein bisschen was. Genau, mal schauen. Top 10 werden sich nicht ausgehen, denn ich müsste das mal sortieren. Ganz kurz. Belohnung Energie. Ich werde es aber nicht speichern, nur freigeschaltet. 10 mal Kalorienbomben entschärfen, das kann dauern. Bringe einem Begleiter eine neue Fähigkeit bei. Das könnte ich noch machen. Das kostet 15 Donuts, aber 30 Energie. Ja, wenn ich das mal hier wegmache, dann bekomme ich was bei Duellen, beim Shop erneuern, bei Überraschungsboxen. Das ist ein gutes Stichwort, denn bei einem Bandenkampf haben wir eine bekommen. So, Missionen erneuern. Helden sind, der relativ unnötig ist. Teamkämpfe, ist das Gewinnen oder Verlieren? Ich glaube, dieses Zeichen bedeutet Gewinnen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Erklimm das Podest. Da gibt es ja noch so einige. Hier Missionen erledigen. Ja, aber nichts, was ich irgendwie abschließen könnte so in nächster Zeit. Skillen muss ich dann. Sehe ich gerade. Da macht man irgendwie mal ein paar Stunden seine Missionen und schon hat man 2 Millionen am Start. 3 Millionen, beziehungsweise 4? Nein. Wie viele Lebenspunkte hat er jetzt verloren? Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall. Ich habe ja schon genügend Angriffe. Dann kann ich noch die Free Tries raushauen. Jetzt hier noch's killen. Dann, was tut sich in dieser Geschenkbox? Ich glaube, da habe ich mir sogar das letzte Teil aufgehoben. Und zwar war das der Helm. Antimagnetischer Tritanium-Helm. Und welches Set ist das hier? Antimagnetische Heldenbox. Das würde sogar passen mit dem Set. Also mal reinschauen. Ich bekomme den Helm. Wer hätte denn das gedacht? Anscheinend ist das echt so. Der Helm bekommt man am allerhäufigsten bei allen Sets. Oder kommt mir das nur so vor? Beziehungsweise beim Champion-Set habe ich ja den Gürtel 5 Mal erhalten. So, minus 108. Und mein anderer Helm hat minus 136. Das heißt, wenn ich den behalte, dann nicht der alte, sondern der neue. Worüber ich mich freue. Also weg damit. Neue Ware ranholen. Vielleicht bekomme ich ja endlich irgendwann mal diesen Zurücksetzungshammer für die Attribute. Das wäre nicht so schlecht, denn der täte schon mal gut. 7, 5, 6er Brille. Oh, nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Schlechte Brille. Gut. Was habe ich aber noch zum Abholen? Überraschungsboxen geöffnet. Hach, das kam jetzt dazu. Ein Gegenstand. Plus, plus 5 Waffe. Moment. Moment, Moment, Moment. Eine plus 5er Waffe. Ich verliere Grips. Bekomme Kondi und Kraft dazu. Ja, dann bin ich unter 6k. Muss nicht sein. Ich werfe mal die Waschmaschine an. Schleudergang. Und was habe ich? Ich verliere Kondi, bekomme Krebsintuition dazu. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Plus 5 sehr schön. Das ist mal, das hat sich gelohnt. Das heißt, diese Waffe hat ausgedient. Die kann ich schon mal wegwerfen. Jo, schöne Stats, schöne Stats. Neuer Angriff. Los geht's. 16,3 Millionen. Und noch 58 Minuten. Ich fresse den Besen, wenn wir das nicht schaffen. Aber das waren noch nicht alle Heldentaten. Wenn mich nicht alles zäuscht. Oh, der. Moment. 100 Pärchen gerettet. 4 Donuts. Hey, für so eine Heldentat, das ist normalerweise eher selten. Aber da habe ich 100 Architekten. Das ist so witzig. In der letzten Folge hatte ich 50, 50, 50. Jetzt die ganzen 105 Fähigkeitspunkte. What? Und hier Segway Tours, der Arbeitsbooster. 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. So ist das fein. 1, 800 Grund bei Int. 1, 805 bei Krips. 1, 5, 55 bei Condi. Und wow. 10 bei Kraft. Nicht schlecht. Plus ein durch Set. Das ist lustig. Dritte Zeile, beziehungsweise vierte. Plus ein Kraft durch das Set. 7%. Naja. 7% von nichts sind leider noch immer nichts. Von daher. Aber Sondeinsätze. Da habe ich alle erledigt. Da muss ich nochmal drei Tage warten. Drei Tage, eine Stunde. Drei Tage, eine Stunde. Drei Tage, eine Stunde. Alles durchgerockt. Alles ist erledigt. So, neue Nachrichten. Erstmal ist der Schurke da. Und der kam um 13 Uhr. Das linke Twix hat gewonnen. Freck, feck, feck. Jo, ich hoffe, du bist froh über dein rechtes Twix. Genau. Aber wow, 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 wow. Alle online zu 100%. Moment, ich muss mal den Server nach dem Angriff überprüfen. Wegen dem Last Hit. Wer League of Legends zockt, der ist hoffentlich gut im Last Hitten. Der müsste in Hero Zero auch immer die letzten Siegestreffer landen können. 14 Millionen hat er noch. Also, ich sortiere mal nach dem Level. Und dann, jo, ich bin wieder 14. Und dann online, online. Ja, ein Großteil ist online. Hier ein paar off. Aber, nein, Quatsch. Die sind nicht off. Hier, das bin ich. Und bei mir steht natürlich kein grüner Punkt dran. Da unten ein paar weniger. Ja, aber es sieht relativ aktiv aus. Relativ aktiv. Kleiner Freestyle am Rande. Genau, relativ aktiv. Vielleicht kann ich dann die Donut-Maschine laden, wenn ich schon hier vier kostenlose bekommen habe. Was gab es denn da noch so? Ich habe ja in der letzten Folge so gut wie keine Nachrichten vorgelesen. Love my gold scarf. Meinst du den Controller, den Scaf? Paar Fragen. Frage Nummer eins. Hast du vor YouTube schon Rollenspiele gespielt? Oh ja, ja und ja. Ich habe irgendwie 2004 so richtig begonnen mit Online-Rollenspielen. Aber zuvor Final Fantasy. Wir hatten jeden Teil. Wir haben uns sogar teilweise Teile importieren lassen. Denn bei uns gab es ja nicht direkt alle. Und dann irgendwann EverQuest Online Adventures auf der PS2. War dann ein Online-RPG. Dann EverQuest 2, WoW. Ah, ganz viel. Worüber niemand Bescheid weiß. So von den Videos her. Da habe ich noch keine Videos gemacht damals. Wie alt bist du? Was sagst du zu Aufholjäger auf einem Server? Da sage ich, das funktioniert. Wir haben selbst jemanden im Team gehabt. Und der kann jetzt schon mit dem gesamten Server mithalten. Und wie findest du meine Skills? Absender anzeigen. Die sind in Ordnung. Ich finde es so heftig wie ein Level 40 einfach fast full epic sein kann in diesem Spiel. Genau, du bist ein Aufholjäger. Dann wünsche ich dir viel Glück. Also wenn man aber Aufholjäger ist, dann muss man es echt so machen wie du. 50er Booster und sehr viel Spielen. Man kann nicht so, ja 100 Energie, den 25er Booster. Ich bin so ein Aufholjäger. Irgendwann level ich schon bestimmt. Wenn man Aufholjäger ist, dann aber so richtig ausgebautes Team. Und ich weiß, man kommt mit Level 1 oder mit Level 10 nicht in ein ausgebautes Team. Aber du musst mal eben sagen, hey, ich habe auf Server 7 einen Charakter. Schaut euch den mal an. Und ich bin aktiv. Ich zocke. Ich weiß, wie man levelt und so. Und ihr werdet sehen, in einer Woche bin ich Level 100. In zwei Wochen Level und so weiter und so fort. Genau, so muss man es machen. Der Boss 14 schreibt, du bist der beste YouTuber auf der Welt. Vielen Dank an dich. Dann SirSoulYouTube schreibt, hey, hey, SpieleTrend. Ich habe eine Frage. Kannst du mal auf YouTube einen Herald Zero und bestimmt Autokorrektur und Shakes & Fidget Livestream machen? Also wo du Hero Zero und SF Game abwechselnd spielst? Das ist eine lustige Nachricht. Denn ich habe mal vor einem Jahr oder so hatte ich ein Format in Planung, welches ich einfach nur nennen wollte Let's Play Browser Games. Wo ich so, wie ich ganz normal zocke, da habe ich meine ganzen Server offen. Und nicht nur Hero Zero, sondern Shakes & Fidget. Und ich zocke ja noch ein paar andere Browser Games. Und dass ich da immer ein Video raushaue, aber ein Livestream, sagen wir mal, vier Stunden. Ich kann nichts zeigen. Ich überlege mir nämlich immer so, was kann man machen so in einem 15 bis 20 Minuten Shakes & Fidget Part. Und das war es dann. Danach wird es langweilig. Dann habe ich nur noch meine Missionen. Dann sind die Sondereinsätze durch. Dann habe ich die Liga-Kämpfe gemacht. Ich habe im Shop geblättert. Vier Stunden lang. Ich weiß nicht, ob das jemanden interessieren würde, zuzusehen hier bei so einem Stream. Ein Stream von einem Shooter oder MMORPG oder sowas. Das ist schon mal wieder eine andere Hausnummer. Aber bei einem Browser Game bin ich mir nicht so sicher. Das wäre beim Serverstart interessant. Der Putzroboter hat den Putzroboter. Alles klar. Aber hey, das ist einfach der beste Begleiter für dich. Der passt einfach wie die Faust aufs Auge. Du hast drei Teile von diesem Set aus den Geschenkboxen, wenn du mich nicht alles täuscht. Sehr fein. Und hier noch den Gürtel aus der Gold Liga. 8,6 Millionen hat er. Jetzt mache ich einen. Wow, 7,9. Jetzt mache ich einen Angriff. Nein, ich mache keinen mehr. Denn beim letzten Mal, da war es auch genau so in etwa und plötzlich war er down. Jo, die sind zu krass. Vielleicht hebt sich jeder die... Wow. Was habe ich getan? Vielleicht hebt sich jeder diese Batterien fürs Ende auf. Und das geht dann zu schnell, wenn so viele High-Level-Spieler online sind. 7,3. In ein paar Sekündchen. Eine Minute ist er bestimmt noch da. Wenn jetzt der Werbespot kommt. Jawohl. Ach du meine Güte. Was war denn das gerade für eine Werbung? Du hast unfreiwilligen Haarenverlust. Blibla blub. Okay, perfekt. Hier für mich zugeschnitten, diese Werbung. 5,8. 30 Angriffe, Platz 25. Ich habe es leider in etwa 8 Minuten zu spät mitbekommen. Das heißt, 4 Angriffe könnte man noch zusätzlich haben. 180 Erfahrung. Jo. Das passt schon. Ich skille nochmal kurz. Für extra Schaden. Am Ende. Ning-Nong, Ping-Pong. Mach schneller. Genau. Und was tut sich? Was tut sich? 5,2. Ich bin noch dabei. 4,6. Gleich ist er weg. Gut. 2,9. Und es hat sich schon länger nicht mehr aktualisiert. 2,2. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Nichts hält mich am Boden. Ich hau mal einen raus. Würde ich sagen. Hallo? Dankeschön. 1,6 sag ich. 1,4. Alles klar. Wie viel Schaden? 42.000. Das ist echt eine Menge. Das heißt, wenn ich da zum richtigen Augenblick angreife, dann... So, noch einmal. Schnell. Go. Warum dauert das so lange? Es hat viel zu lange ged... Ich hasse es. Hätte ich den richtigen Button erwischt? Ernsthaft? Hätte ich den richtigen Button erwischt? Dann glaube ich, wäre das der letzte Treffer gewesen. Warum habe ich auf Abbrechen geklickt? Da klickt man auf OK. Starten. Und dann ist genau bei Starten der Abbrechen-Button. Ah, ich wusste, ich werde mich verklicken. Mann. Mann, 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 Mann. 400.000. Das heißt, man kann sagen, bei 44.000 Schaden war ich Zehntletzter. Aber... Ja, macht nichts. Macht nichts. Es war mal wieder ein Versuch. Leider fehlgeschlagen. Ich wollte noch den Begleiter wechseln. Moment. Wenn ich das Spiel aktualisiere, den Browser, funktioniert das dann? Jetzt hat sich, glaube ich, das Spiel leider ein bisschen verschoben. Aber es funktionierte. Wird mir der das Level-Up bescheren? Nein. Nein, nein, nein. Aber ich konnte noch wechseln. Beziehungsweise ich wechsle da... Keine Ahnung. Oscar. Denn mit dem kann man nicht so leicht leveln. Gut. Einfach den Browser neu laden. Wenn man hier noch nicht auf OK geklickt hat, hat man noch nichts bekommen. Und Güfi hat mal wieder die meisten Angriffe. Glückwunsch an dich. Da will sich wohl jemand die Set-Teile holen. Und ich bekomme eine epische Maske. 25.7. Leider wieder nicht die volle Belohnung. Aber egal, das passt schon. Glückwunsch auch an Starking. 20 zum Siegestreffer. Jetzt einlösen. Und jetzt einlösen. Was ich lustig finde. Ich habe wieder 100 Energie. Und ich habe heute noch nicht nachgetrunken. So, Wochenturnier. Genau, sehr fein. Sauber, sauber, sauber. Einige Trainingseinheiten bekommen. Und so weiter und so fort. Na gut, das war der dunkle Vater. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denn es geht einfach beim Nicht-Noll weiter. Oh, ich spiele Zven. Oh.